Guten Morgen liebe Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar am 2. Juli. Hier wieder sommerliche Tage, sommerlicher Tag, es wird wieder warm. Wir wollen doch mal sehen, ob das auch am FX-Markt der Fall ist und hier heiße Kursbewegungen stattfinden. Letztlich haben wir heute den Non-Farm-Payrolls zu erwarten und das kann im Vorfeld durchaus ein Stück weit Unsicherheit, ein Stück weit Lethargie bedeuten, aber bislang bewegen sich die Paare schon recht dynamisch und wir wollen heute mal fern der USA sozusagen das britische Fund gegenüber dem Schweizer Franken in den Fokus nehmen. Darum soll es heute gehen und speziell schauen wir hier mal auf den Tagesschart, der sich relativ interessant darstellt vor dem Hintergrund dessen, dass wir hier unlängst keine weitere Abwärtsbewegung vollzogen haben, sondern uns sukzessive steigern konnten, vielmehr das Devisenpaar sich steigern konnte und hier auch es geschafft hat mittlerweile eine etablierte Aufwärtsstruktur zu generieren. Jetzt haben wir unlängst auch ein neues Verlaufshoch gesehen. Gestern starke Bewegungen haben hier die Vorwochen hochs überwunden mit einer sehr sehr starken Kerze. Jetzt allerdings heute ein Stück weit Schwierigkeiten hier weiter nach oben anzuziehen. Der Markt hier sozusagen in lauer Stellung. Ein bisschen Druck verspürt man schon und es hat den Anschein, als wollte das Pair hier in Richtung der letzten Hochs im Bereich 1,4960 und speziell hier diesen Shooting Star vom 11. März im Bereich hier beim Hoch 1,5194 ansteuern. Das ist schon mal die Voraussicht, die sich hier andeutet, sofern das britische Fund gegenüber dem Schweizer Franken hier weiter nach oben anzieht. Stehen die Chancen schon mal ganz gut, dass das hier weiter Früchte tragen könnte. Was nicht so ganz ins Bild passt, das ist die Saisonalität. Die zeigt hier mehr bis Mitte Juli eine Abwärtstendenz an. Danach darf es wieder nach oben gehen. Das mal hier kurz der Blick zur Saisonalität und im Zuge dessen und auch weil wir hier, das werden wir gleich im Intraday Verlauf sehen, einen Widerstandswahl vor uns haben, stellt sich eben die Frage für den heutigen Tag, ob das hier direkt klappt mit weiteren Hochs. Wie gesagt, heute Non-Farm-Payrolls, das kann recht technisch und dynamisch werden. Da muss man sich natürlich ein Stück weit darauf einlassen, ob einem das liegt, ob einem das ziemt sozusagen hier den Markt vor den News hier aggressiv zu treten, denn erratische Bewegungen sind hier immer wieder denkbar und auch keine Überraschung mehr die Regel als die Ausnahme. Und rein technisch würde ich aber hier beim britischen Fund gegenüber dem Schweizer Franken einen Pullback favorisieren, der hier in das frühere Widerstandslevel jetzt als Unterstützung manifestiert. 1,4660, 1,4650. Diese Zone ist nunmehr ein Supportlevel und sofern das Währungspaar eben hier Rücksetzer vollzieht und die Annahme besteht durchaus, wäre es denkbar, sich hier wieder einzukaufen, um dann nachfolgend an einem Aufwärtsmove teilzunehmen. Ein direkter Ausbruch kann auch von Erfolg gekrönt sein, doch wenn man attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse sucht, dann ist man wohl hier besser aufgehoben, den Rücksetzer abzuwarten, der eben durchaus kommen könnte. Jetzt schauen wir mal auf den Stundenchart. Sehen wir auch hier schöne Tendenzen. Wir arbeiten uns gerade über den Pivot Point hinaus. Wir haben hier im asiatischen Handel eine größere Schwäche gesehen, das heißt die Hochs von der Nacht konnten nicht gehalten werden. Der Markt ging zurück. Britisch von Schwarzer Franken aktuell 66 Pips gelaufen. Ist natürlich schon ein Stück weit vollzogen, die Range mehr oder weniger, aber das Paar bewegt sich roundabout 139 Pips. Also hier ist noch ein Stück weit was zu erwarten, was im Idealfall nach oben sich hier entfalten kann. Aber ich gebe jetzt mal zu bedenken und da komme ich jetzt gleich mal zu dem Metatrader-Chart, den ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar eben vor dem Hintergrund, dass wir hier speziell das britische von gegenüber dem Schweizer Franken mal näher beleuchten. Ich schiebe das mal rüber und dann im 15-Minuten-Chart-Intervall sehen wir hier die bullischen Tendenzen. Pivot-Punkt verteidigt. Es gab heute früh schon vor der EU-Eröffnung, vor dem Start der European Session einen Sell nach unten. Das Pivot-Level wurde unterboten. Es folgten aber keine Anschlussverkäufe. Wir sehen hier vielmehr eine Reversal-Kerze, die diesen Ausbruch natürlich negatiert. Jetzt haben wir allerdings hier in dieser Asia-Range das Vor-Wochen-Hoch, das Vor-Monats-Hoch und das Vor-Tages-Hoch zu liegen. Und das ist schon ein relatives Widerstands-Level, was erstmal durchbohrt werden muss. Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn es das britische Fund schafft, hier nach oben rauszuziehen und wir sind bislang 66 Pips gelaufen, dann stehen die Chancen gut, dass der Knoten platzt und das Währungspaar direkt weiter nach oben anzieht. Gar keine Frage. Vom Wochentag her könnte es besser sein, aber wir sind leicht bullish. 53 Prozent positiver Schlusspreise ist okay, aber die eigentlich starken Tage hatten wir vor uns liegen. Freitag hier interessant sehr, sehr schwach mit 43 Prozent nur positiver Schlusspreise. Hier eher ein Short ausgerichteter Tag, aber auch im Vergleich zu den vorherigen Bullischen Tagen ist der Tag heute vor dem Hintergrund, dass wir hier Widerstandsbereiche voraus liegen haben, mit Vorsicht zu genießen. Insofern mal Obacht geben, was passiert. Wenn wir hier reinlaufen, wären spekulative Short-Engagements möglich, um in der Folge nach einem oder auf einen neuen Downer zu spekulieren. Schrägstrich, wenn es insbesondere ein neues Tagestief geben würde, nochmalige Attacke auf den Pivotpunkt, dann drunter unter diesem Pivotpunkt sozusagen neue Tagestiefs gemacht werden. Stehen die Chancen sehr gut, dass wir die Average True Range ausschöpfen und dann hier in den Bereich 1,46, 70, 1,46, 55 zurückfallen. Das wäre dann definitiv zu präferieren, wenn der Markt hier nach unten abdreht und eben nicht nach oben rauszieht. Die heutige Fuzzi-Vektor-Logik zum britischen Fund gegenüber dem schwarzer Franken ahnt auch sowas voraus, dass wir eben hier nicht zwingend neue Hochs markieren, sondern vielmehr nach einem gewissen Seitwärtslauf hier weiter nach unten abdriften und sozusagen hier das vorausliegende Widerstandslevel im Sinne der Vortageshochs, des Vorwochenhochs nicht direkt überwinden können. Sollte es aber eben hier, wie im Tagesschart schon gesehen, dann weitere Rücksetzer geben in dem Bereich 1, gehen wir mal kurz auf den Tagesschart, hier in Richtung der Zone 1,46, 70, 1,46, 50, dann wären das natürlich schöne Chancen, um im Pullback-Stil auf Tages- und Swing- und Positionstrading-Sichtweise hier einzusteigen, um einen neuen Aufwärtsimpuls mitzunehmen. Taucht das Paar sogar weiter ab, muss man hier mit einem Test diese Aufwärtstrendlinie und diese Support-Levels im Bereich 1,44, 20 rechnen, aber das wäre schon ein Stück zu weit gegriffen, deswegen mal abwarten, was da heute noch passiert. Es gibt genügend Ranges, nach oben der Ausbruch, wäre höchst bullish, dann locken Preise im Bereich 1,48, 80 roundabout, machen wir ein neues Tagestief, dann eben hier 1,46, 70, speziell nochmal unterhalb des Pivot-Punkts könnte sich auch hier die Fuzzi-Vektor-Logik auswirken, im Sinne dann weiterfallender Preise. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es schon gewesen für den heutigen Radar, ich hoffe, Sie hatten Spaß und konnten ein bisschen was mitnehmen, wenn Sie mögen, schauen Sie nachher nochmal zu, wenn wir uns den DAX nochmal im Detail genau anschauen, ansonsten spätestens morgen, dann natürlich wieder 9.30 Uhr das Devisenradar, ansonsten heute Nachmittag, Obacht geben, ich sprach schon von den 9 von Payrolls, die schauen wir uns live an, wenn Sie mögen, schalten Sie sich auf dem Desk online, 14.30 JFD Desk, dann, oder gehen wir direkt ein Minütchen vorher schon online, schauen wir uns mal an, was die Märkte, Euro, S, Dollar, DAX und Co. so treiben. Also bis dahin, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen, Ihr Christian Kämmerer. Vielen Dank.